Hallo, hier ist der Martin von Moneymonkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 16.12.2021. Und unser DAX wurde hier ein bisschen angeschoben, jetzt zum Mittwoch. Die Fed hat hier nochmal alle Leute reaktivieren können, um zu verhindern, dass hier die ganze Pute umkippt und weiter weg segelt. Es sind wirklich die letzten zwei Stunden noch gewesen. So vom Bewegungsverhalten muss ich ganz ehrlich sagen, das ist gar nicht das gewesen, was ich hier erwartet hatte. Auch nicht, dass er zur Fed erst dann hoch treibt, also so von der Dynamik her über den Tagesablauf. Durchaus für mich, für meinen Geschmack eher eine Vorlage nach unten gewesen. Wenn ich das jetzt hier so auf der Ebene sehe, dann sieht es ein bisschen nach einem Dreieck aus, was dann jetzt im Rahmen von der Fed halt dann nach oben gelöst wurde und dann hier auch voll aufgeladen hat. Bis 600 hier in dem Bereich hätte er ja durchaus, bis zum mittleren Band hätte er jetzt durchaus auch nochmal zurückkommen können. Das haben wir, glaube ich, gestern auch so gesagt, dass ich schon favorisieren würde, dass er nochmal ranläuft auf die 590 und dann, oder was heißt 590, hier reingeht in die 600, ins Band reingeht nochmal, dass er hier reingeht und sich dann nochmal nach unten abstößt, dass das favorisiert wird. Aber habe eben auch betont, wie wichtig es ist, eben darauf zu achten, wenn er über 600 ist und dass man sich da auch nicht short verkämpft. Also wenn man short ist, dass man dann gegebenenfalls vielleicht auch nachzieht, Leine kappt und so weiter, damit es einem nicht passiert, dass man dann so eine Bewegung hier oben raus voll gegen den Bug geschlagen kriegt halt. Also da würde ich jetzt entsprechend auch aufpassen. Wir sehen das jetzt, es ist jetzt noch Dynamik gekommen. Ich finde, ich finde es nicht gut, wie er steht. Also es ist wirklich suboptimal. Das hätte eigentlich gleich zum Start nach oben durcheskalieren müssen. So hinten raus ist er jetzt schon anfällig, dass die EZB ihm das jetzt halt auch komplett, also wirklich auch komplett umschmiert zum Donnerstag und den wirklich auch richtig, richtig runter schiebt, so bis 400. Vielleicht sogar noch einen Tacken Tiger schon zum Donnerstag. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Das ist jetzt wirklich dadurch, dass er zu spät erst raus beschleunigt und halt hier vorne mit einem Seitwärtsmuster anfing, ein bisschen zu instabil die Bewegung dann. Aber wenn da jetzt grüne Stundenkerzen kommen, Übertreibungsbereich ist nach oben. Wir haben das gestern gesprochen, wie viel Potenzial, welches Ausmaß das nehmen kann. Der kann halt auch echt richtig, richtig durchschieben. Ich würde aber aufpassen, wenn er gegen Mittag auf rote Stundenkerzen umdreht, zur EZB nach unten umdreht, mit fetten roten Kerzen umdreht, weil er kann zum Donnerstag sich, wenn er schlecht vorgelegt wird, und ich finde, er ist schlecht vorgelegt worden, kann sich halt auch richtig, also auskontern halt, ne, richtig, richtig böse Gegenschieben. Und das wird ein bisschen schwierig jetzt, ne. Das wird ein schmaler Grad, den es jetzt hier abzuwägen geht. Tendenziell hat er sich erst mal jetzt nach oben aktiviert, zwar sehr spät, ne, also wirklich erst mal der Fed dann. Aber er hat das getan, er ist über die 600 drüber, okay, über 600, 620 hat man gesagt, das ist ein Shot erst mal zurückzustellen und man muss damit rechnen, dass er jetzt 670, 750, 780, 830, 925 und mehr erreicht. Das würde ich jetzt auch so erst mal sagen. Wie gesagt, Ausnahmen sind wirklich nur, wir kriegen ja fette rote Stundenkerzen oder beispielsweise direkten Abwärtsgap, dass er sagt, okay, der Überschuss war halt am Abend einfach übermotiviert gewesen, er öffnet uns dann hier im Bereich um, ich sag mal, 15, 580 wieder, bleibt unter der 600 und wenn er unter der 600 bleibt und nach unten arbeitet, der hat dann die 400 vor Augen und die geht er auch direkt dann an zum Donnerstag, da muss man wirklich ein bisschen aufpassen und deswegen so um die 600 schon so eine Art Kant ziehen, stößt er sich von dort wieder nach oben ab, alles gut, ja, aber unter 600, Risiko für mich, dass er sich wirklich auskontern hat, weil die Bewegung zu unstimmig ist, also so fängt man keine dynamische Impulswelle an mit einem Dreieck, das macht man nicht, das ist also sehr untypisch, sehr, 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 sieht sehr, naja, sieht sehr zurechtgezogen zum Abend hin aus, so wie erst will man für den nächsten Tag einen Eindruck erwecken, der am nächsten Tag ja eh nicht bestätigt wird, damit schön früh alle erstmal noch ins falsche Horn blasen und dann ausgelutscht werden, da muss man wirklich ein bisschen aufpassen, also das ist mir zu instruiert, da wir die signalgebende Kerze tatsächlich wirklich nur auf der Schusskerze haben, das ist die letzte Kerze, die gestellt wurde, der Rest war eher schwach und eher sogar negativ belastet und jetzt zum Tagesabschluss dann nochmal, ich weiß nicht, ja, es war fett, das weiß ich, aber der Chart hat trotzdem immer irgendwo eine Signalsprache und so ein Hochziehen vor dem Abend, wenn da ein Abwärtsskap kommt, das kann echt böse werden, sowas haben wir schon oft gesehen halt, ne, da würde ich einfach, da würde ich wirklich zum Donnerstag einfach breit denken halt, ne, und auf der Unterseite halt auch wirklich damit rechnen, dass sowas komplett zusammengestampft werden kann jetzt, ne, seit er komplett durchsteht. Bleibt er aber hier oben, bleibt über eine 600, ja, im Zweifel erstmal nach oben denken, solange da auch keine roten Schuttenkerzen kommen, sich nicht verrückt machen lassen, wenn da mal kleine Rücksätze dazu sind, solange die wieder nach oben aufdrehen. Der kann durchlaufen, der kann durchaus durchlaufen und Übertreibungsspielraum ausnutzen zum Donnerstag, will ich aber bitte auch sehen, da hat er unter einer 600 für mich nichts zu suchen, ne, wenn er das jetzt anspielt, was wir hier jetzt gemalt hatten, gestern und gesagt hatten, hier kann bis 16.100 und so weiter, dann aufwärtsskap und offen lassen, das hilft, ne, so wie es hier gemacht hat, das hilft, da kommt er durch und dann auf Schuttenkerzen bleiben, alles flach zur Seite halten, was runter kommt und nicht, 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 versuchen Kontermöglichkeiten zu vermeiden, weil, habe ich jetzt schon dreimal gesagt, ich sage es jetzt mal, er sich zu schlecht am Mittwoch im Chart aufgebaut hat, sodass er wirklich auch angreifbar für einen Konter wird und zwar richtig angreifbar wird, ne, also da muss man, das wird ein echt spannender Donnerstag, der ist ein Kernpunkt natürlich irgendwo um die EZB-Pressekonferenz dann um 14.30 Uhr drum haben wird, ne, also da darf man dann auch schon die eine oder andere Finte, Wende dann eben entsprechend mit einplanen, wir sind immer noch in der großen Verfallswoche, das heißt, die Jungs, die irgendwas zurechtschieben wollen, die werden die Termine nutzen, ne, und ganz egal, was da, was da rauskommt an Terminen, die schieben da einfach ihre Position durch dann, um ihre, um ihre, ähm, Verfalls- oder um ihre Terminprodukte irgendwo noch ein bisschen ins Rechte durchzurücken, ne, sollte man auch nicht zu viel reininterpretieren dann in das, was die EZB sagt und was der Markt dann macht, da geht's dann einfach nur um das Interesse, den Markt noch irgendwo hinzuschieben, wo man, wo die, wo die großen Jungs den Hals im Verfall haben wollen, ne, und, ähm, da heißt es aufmerksam bleiben, gucken, gucken, wo geht die Dynamik hin, wo gehen die Kerzen hin, ne, und, ähm, ja, plant besser ein bisschen, ein bisschen mehr Grip ein, also wir haben oben ein schönes, schönes dynamisches Vorlagepotenzial, mir gefällt nur einfach, mir gefällt einfach wenig, wie er sich zum Mittwoch gestellt hat, das ist, das wirkt zu sehr, wie, äh, ich bin, also, wir gucken mal, wie er reinkommt, wenn der mit Abwärtsgrip reinkommt, dann kriegt er von mir direkt ein Misstrauensvotum am Donnerstag und dann gucke ich, dann, dann gebe ich ihm auch gerne Gas bis 400 halt, ne, also das definitiv. Okay, ja, die Ziele ansonsten sind oben klar, das sollte soweit stimmig sein, Tageschart ist, denke ich, auch klar, ich, ähm, wird euch das, den Link vom, vom, vom Interview, manche hatten irgendwie Schwierigkeiten oder haben jetzt nochmal gefragt, ob ich den Link einstellen kann, ähm, ich kann natürlich den Link nochmal reinstellen vom Interview, was jetzt hier mit Tradingview gewesen ist, ein bisschen in eine andere Richtung gegangen, wie ich es gedacht habe, aber ich denke, es ist trotzdem sehenswert, sind bestimmt ein paar Sachen mit drinnen, die sich der eine oder andere mitnehmen kann, um einfach ein bisschen mehr Fokus ins Trading reinzubringen, ähm, einfach ein paar Phrasen daher erzählt, äh, wo ich weiß, das, das sind so die Punkte, die die Leute halt immer wieder bewegen, ne, auch Sachen, die man letztendlich auch im Seminar und so weiter behandeln, also, ähm, einfach ein bisschen was mitgegeben und, ähm, deswegen, ich hänge es in die, in die, in die, in die Kommentare rein, ich hänge es in die Videobeschreibung rein, wer das Video jetzt hier irgendwie eingebettet sieht, zum Beispiel auf investing.com, Wallstreet Online, Tradingtreff oder wo auch immer das, die Analyse so eingebettet wird, dass ihr das wirklich auf der Seite seht, dann ist meistens unten rechts in der Ecke so ein kleines YouTube-Symbol und wenn ihr da drauf klickt, kommt auf die YouTube-Seite, dort sind dann auch Kommentare zum Video zu sehen, dort sind auch, ähm, Beschreibungen und Links und alles in der Videobeschreibung zu sehen und da packe ich, packe ich den Link noch zum Interview mit rein, falls der noch ein Interesse hat, ging auch ein bisschen länger wie gedacht und, ja, auch hier im Tageschart, ähm, haben wir es jetzt nochmal angesprochen oder nochmal ge... also wir sehen es hier nochmal, was er gemacht hat, er hat sich weiterhin von der 200-Tage-Lin hochgeschrieben und das Risiko ist wirklich da, dass der nochmal sowas macht wie letzte Woche Dienstag, das Risiko ist da, die technische Chance ist da, das heißt nicht, dass er das nutzen muss, das haben viele auch gestern ein bisschen fehlverstanden, glaube ich, aber ich muss es als Analyst, muss ich euch zeigen, welche Szenarien sind im Chart drin, was kann passieren im Markt, wenn eine bestimmte Reaktion, wenn eine bestimmte Bewegung eingeht, das heißt nicht unbedingt, dass es so kommen muss, das müsste wirklich verinnerlichen, aber man muss darauf vorbereitet sein, weil eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür da ist, dass der Markt einfach wieder ein Muster erneut abspielt, es gibt keine Garantie dafür, dass das so kommt und es geht auch nicht darum, das 100% vorherzusagen oder das zu wissen, dass das darf man sich weder als Analyst noch als Trader anmaßen, 100% wissen zu wollen, was hier wirklich passiert, ne, aber wir müssen darüber reden, wenn wir so eine Situation haben, wir haben eine ABC fertig und so weiter, dann müssen wir darüber reden, dass diese Option da ist, dass der Markt so eine dynamische Aufwärtsbewegung einfach wegpresst, das heißt aber nicht, dass es zwingend auch in jedem Fall dann so kommen muss und dass ich es vielleicht auch dann favorisiere, nur weil ich es besonders betone. Oft betone ich Sachen besonders, einfach wo ich glaube, dass besonders viele dort verlieren, wenn sie es nicht kommen sehen. Heißt aber nicht zwangsläufig, dass ich das dann auch tatsächlich erwarte. Es ist eine neutrale Analyse für euch, um einfach vorzustellen, typische Muster, typische Bewegungsweisen vom DAX, wie ich sie kommen sehe, wie ich sie mir vorstellen kann und wie ich sie erwarte. Und auch wenn wir das jetzt mehrfach durchsprechen mit der Dings, es gibt immer auch Alternativen, die wir auch mit durchsprechen und auf die es dann eben zu achten geht. Das heißt natürlich auch, wenn ich jetzt ein fettes Abwärtsgap sehe und der DAX steht früh um 8 oder um 9, unten bei 5 zu 500, dann brauche ich nicht die großen Longs auspacken und hier in die dynamische Aufwärts reinschießen. Das wird dann nix. Ja, wenn aber das kommt, Aufwärtsgap, der bleibt flach, macht dann wieder ein Stück Höhe, macht Rücklück, dann kann ich Longs mithandeln, dann kann ich Longs mitgehen, Stück für Stück einfach weiter hochhandeln und einfach mitgehen. Aber ruhig die Analyse in den Teilen, wie sie erzählt wird, auch wirklich für sich selber zerlegen, das bärische Szenario raushören, das bullische Szenario raushören, um dann am nächsten Tag neutral, so neutral wie möglich zu handeln. Und das ist mir hier gestern ganz, ganz doll aufgefallen, dass für viele zum Beispiel das nicht ersichtlich war, dass ich gesagt habe, dass ich favorisieren würde, dass er bis hoch hier in den Bereich um die 600 dreht und sich dann durchaus auch wieder runterdrehen kann, nochmal hier runter. Und das würde für mich sogar noch so bleiben, wenn wir per Abwärtsgap eben jetzt wieder reinkommen, zum Donnerstag würde sich das reaktivieren quasi halt. Dann hat er hier einfach ein bisschen was schon mal abgeräumt, ein bisschen Shorts rausgekloppt, zum Mittwoch alle wuschig gemacht und dann lädt er jetzt einmal komplett auf der anderen Seite durch, zeigt aber Stärke, bringt es auf, ergibt und so weiter. Dann glaube ich ihm, dass das hier echt war am Mittwoch, dass es nicht bloß Maskerade war, um hier ein paar Leute Short rauszutreiben. Und dann bekommt er für mich auch volle Long Chancen oben eben raus. Das ist wichtig, dass wir eben wirklich beide Seiten betrachten und die mitnehmen. Okay, damit würde ich das Video jetzt hier schließen. Ich denke, die Punkte sind klar, Sachen sind klar. Das, was mir wichtig ist, habe ich glaube ich vier- oder fünfmal wiederholt, damit es auch wirklich im Gedächtnis bleibt. Und drückt euch die Daumen. Holt was raus. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Und dann hören wir uns doch mal.